Also der Corona-Virus tut sich nach wie vor sehr schnell verbreiten und er ist hoch ansteckend. Wenn man ja noch Abstand hat von zwei Metern, kann der Virus sich über die Luft übertragen lassen. Und man ist angesteckt, obwohl man nur mit einer Person geredet hat. Und darum müssen wir ab sofort zuhause bleiben und drei Meter Abstand halten vor allen anderen Personen. Weil der Virus ist hoch ansteckend und er tut sich nach wie vor explosionsartig vermehren. Und vor allem für die älteren Personen ist es ein grosses Risiko, dass sie dann plötzlich daran sterben, weil sie vorbelastet sind mit anderen Krankheiten. Und darum muss jetzt Ruli Maurer ein paar Milliarden locker machen, dass er die Geschäfte noch retten kann, die sowieso nicht rentieren. Das ganze Gastgewerbe ist shoot-down. Er ist nicht mehr am Laufen. Alle Restaurante haben zu. Und der Detailhandel hat auch alles geschlossen. so... ...